Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Landwirtschaft auf der Kandelien Map. Ich bin gerade dabei die Heubein in die Halle zu fahren mit dem Klaas Scorpion 1033 aus dem Klaas DLC. Ja, ich habe es auch. Also wird da jetzt auch in Zukunft was von Klaas kommen. Oder einiges. Genau wie den Klaas Axion werde ich gleich austauschen, denn ich brauche hier kein Mod mehr. Von daher haben wir jetzt alle Ballen vom Feld geholt. Moment. Hier habe ich schon ein paar reingefahren. Und das machen. Lol. Ey, hier gibt es Licht. Ich habe mal früher gewusst. So. So. Oh, die war... Durch den Ziesemod wären die halt... Äh... Draußen würden sie vergammeln, glaube ich, oder wären einfach nur weg. Die Zange ist ein Mod. Kann aber leider nicht sagen, wo ich die her habe. Die habe ich schon ewig... Ich glaube, oder hat sie sich aus dem Mod hat? Weil, das könnte halt sein... Weil, das könnte halt sein... So. So. Ja. So. Dann haben wir schon mal Heubalen für die Kühl. Ich hoffe, ich kann noch einen Graschnitt machen. Dann kann ich noch Silagebein machen. Dann habe ich auch Silagebein. So. Könnte wieder sein, dass hier schlechte Wahl war zum Lager. Ja, ich glaube, ich habe den, wo ich den Aktien reingestellt bin, da ist auch die Kuhkühleinfahrt zum Stall. So. 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 Dann da rum. Gehen wir erstmal hier ran. So. 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 So, haben wir die gleich drin, na ja gleich, bisschen dauert es noch, irgendwie, irgendwie, und Umleuchter da auch, die brauchen wir ja nicht, wir sind ja auf dem Hof, so, 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 Halt, hier kann man auch halt wieder die Lenkfunktion umstellen, jetzt ist Alradlenkung drin, das bietet sich ja richtig gut an, dann ist ja schön wendig. Oh, das war zu tief. So. So, hier wieder raus gucken. So. Geh da rum. Ach, da sind drei Pakete noch. Euiuiui. Dachte ich auch in diesem Video. Aber na gut, ist ja nicht so wild. So. 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 Ich denke mal die Heulbahn werden wir später irgendwo anders lagern. Ich denke mal wirklich irgendwo da unten, wo die Einfahrt vom Kuhstall besser ist. So. 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 ... 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 Come on! No! So! Wie ihr seht, ist das wirklich sch... Okay. Ne, ach stimmt, der Axion hat ja eine Uhr drin. Es müsste jetzt irgendwo hier gegen 22 Uhr sein. 22 Uhr 44 sogar. So... Ja, ich muss immer einmal kurz so ein bisschen... Damit die Kamera nicht draußen aus der Kabine ist. So. So. Man könnte sogar noch einen Ball mehr nehmen. Fünf. So. Aber so passt das halt 4-4. So. 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 ach ich muss immer erst zurück und nicht gleich nach hinten gucken so und das licht ist halt schöne gute beleuchtung gleich meine auch wenn jetzt hier halt nicht auf dem hof ist so noch ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht mal dann kommen halt nur noch die reste ich habe auch den einzelnen waren jetzt mit genommen jetzt wird wo eigentlich wartet mal genau kann ich auch mal das tor mit aufmachen so 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 dann fahren wir hier mal ran so 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 bisschen rüber So 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 So